Ich stehe hier bitte auch alle noch. Ja. 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 Ich denke, dass ich es nicht mehr kann, dass ich es nicht mehr gibt. Es gibt mir viel Geld. Wir haben viel Geld. Wie geht es? Ich habe viel Geld. und sie haben 64.000 Euro bekommen. Was ist das? Du gehst an den Beersheba und gehst an Arschung auf dem Frühstück, und das ist ein Arschung, das ist ein Arschung, das ist ein Arschung. Dann kann ich nachher gehen. Es gibt einen Ort, in dem ich zu gehen. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Ich weiß nicht, wie wir das machen können. Zuhause! Zuhause, zuhause! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020